Schwefelbergbau gab es auf Sizilien bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Bereits in der Antike wurde nördlich und östlich von Aggregent im Dreieck Seilkaia Nagela Schwefel gewonnen. Während im Mittelalter Schwefel hauptsächlich zur Herstellung von Schießpulver benötigt wurde, gewann seit dem 19. Jahrhundert in den Industriestaaten die Herstellung von Schwefelsäure an Bedeutung. Um 1900 waren in Sizilien 730 Schwefelgruben in Betrieb, die meist im Tagebau betrieben wurden. Hier arbeiteten 38.000 Bergleute und gewannen 3,4 Millionen Tonnen Fördergut aus dem 0,54 Millionen Tonnen reinen Schwefels gewonnen wurden. Das waren immerhin 90 Prozent der gesamten Weltproduktion. Anfang des 20. Jahrhunderts setzte jedoch vor allem wegen der zunehmenden billigeren Konkurrenz aus den USA ein Rückgang der Förderung ein. Bereits 1917 war der Anteil Italiens an der Weltproduktion auf 14 Prozent gefallen, 1965 waren noch 180 Bergwerke in Betrieb. 1983 gab es nur noch 13 Bergwerke, heute gibt es kein einziges in Betrieb befindliches Schwefelbergwerk in Sizilien mehr. Die Schwefelvorkommen um Aggregent sind sedimentäre Entstehung. Durch starke Absenkungen bildete sich ab dem Miozen das etwa 140 Kilometer lange und etwa 80 Kilometer breite zentralsizilianische Becken, in dem bis in das Pleistozen eine 8000 Meter mächtige Sedimentabfolge abgelagert wurde. Der wichtigste Teil der Beckenfüllung ist die Schwefelgipserie, die vor 7,5 bis 5 Millionen Jahren entstand. Als durch die Schließung der Meeresänge von Gibraltar das Mittelmeer von den Weltmeeren abgeschnürt und das gesamte Wasser des Beckeninhaltes mehrmals eingedampft wurde.